Ah, wir nehmen den anderen Punkten. Ne, hier sind überall Roofs. Gehen wir aufs Dach oben? Ja, ne? On the roof. The roof! The roof! The roof is on fire! We don't get no water, let the motherfucker burn! Oh, dass ich den Text gerade zusammengekriegt habe, ist auch gut. Hinter uns? Schießt wer? Da hinten ist ein Spieler. Es sind mehrere. Feuergruppe. Wer ist das? Markson, ok. Zwei Leute können wir nehmen. Könnt ihr gleich die Unterbeschuss nehmen. Ok, er ist das weg. Was du? Ist ja noch nicht down. Geht doch. Geht doch. Hier, den Ava Rain bitte. Ah, hat die Ulti gepoppt. Auslaufen. Einfach um den scheiß LKW rum. Entweder rennt er weg. Einfach rumlaufen. Schmeiß gleich heilig. Ja, alles gut ist, ist gleich ausgelaufen. Aber müsste jetzt gleich der Fall sein. So, die kommen gleich wieder. Ja, ich glaube das Bluten funktioniert. Naja, das hab ich gesehen. Das, ja doch. Funktioniert. Eins, zwei. Sind sie. Ne, es sind andere. Egal. Was wird schon geschossen. Ja, wir müssen hier nochmal downhauen. Ich hab hier grad ein Problem. Ulti gezogen. Weckauen. Die auch. Heilung bei mir. Heilungswolke. Mach mal den Oko bitte zuerst. Haben die immer noch ne Ulti aktiv? Mhm. Komm, Oko ist fast down. Ich muss nachladen. Scheiße. Heilungswolke bei mir. Hat nochmal Ulti gepoppt? Hat noch einer ne Ulti? Ja. Ja. Mal raus. Gut. Wir haben einen Torrent. Wir müssen auf dem Oko bleiben. Heilung bei mir. Heilung liegt. Na. Heilung liegt. Oko. Oko liegt fast. Bitte auf Oko hier bei mir. Ist down. Nächster. Den Paranoid wird wieder heiß. Kommt noch einmal. Und drauf. Er floated. Und schlitz. Aufpassen. Dahinten ist ein Dings. Andere Spieler. Jo. Aufpassen. Kommt wieder. Ulti gepoppt. Ulti gepoppt. Und weg. Lass es nicht. Weg 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 weg. Die kommen alle jetzt. Bisschen rennen. Hi Koni. Mich kriegen sie. Scheiße. Schiezo. 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 Ich seh dich. Guck mal raus. Ach ne. Jetzt seh ich dich nicht mehr. Du warst bloß sichtbar weil. Wohin? Ja wir müssen laufen. Ja wir müssen laufen. Einfach nur laufen gerade. Geht ja nicht anders. Wir sind gerade ein bisschen stark in uns zu zahlen. Heilung. Einfach durch meine Wolken. Ich bin nach hier. Euch kommen sechs Stück hinterher. Allein aus meiner Richtung. Naja. Wollen wir einfach nur laufen. Geht ja nicht anders. Gerade hoch. Das sind ganz 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 viele. Ja das dachte ich mir schon. Oh nö. Really dudes. Oh alter. Das ist unmöglich ne. Ich hab will. Oh. Kommt doch zu 20s. Dann ist es wenigstens fair. Die campen mit den Mobs und sind jetzt direkt hinter euch. Ah gut dann werde ich die von hinten mal ein bisschen aufmischen. Aufpassen. Die kommen bei euch. Lang. Weg machen. Das erste ist weg. Er hat noch nicht gecheckt. Bisschen unfair. Aber sonst. Schießen. Einfach nur schießen auf die Leute. Geht ganz einfach. Hehehe. Ach dann. Da kommt wieder Spieler. Jo. Alles gut. So. Ein bisschen weg vom Safehaus hier. Lass mal an der Querstraße weiter gehen. Die kommen mir sonst zu schnell wieder. Warte. Wieder zurück. Wir sind kurz vor Man-Hunt. Oh ich hab gegen die Wand geschlagen. Wir sind Man-Hunt. Du hast gerade ein Loch in die Wand gehauen. Das ist nicht gut. Der rennt wieder weg. Scheiße. Ja ja. Lassen wir hier ein Stück. Nicht mit. Der rennt jetzt komplett wieder zurück. Ja ja. Snipe-Post hinter uns. Ja ja. Lass uns einmal mal provokant ausfliegen bitte. Oh. Da kommen vier. Vier. Eins, zwei. Ja. Eins, zwei auf meiner rechten Seite. Genau unter uns kommen die Treppe hoch. Oh ja. Das eine sind Mobs. Tiefgarage links. Tiefgarage links. Tiefgarage links. Tiefgarage links. Okay. Alles gut. Bleibt ein Stück hier oben. Eins, zwei. Kommt einfach wieder ein Stück zurück. Dings ist raus. Auffassend. Die müssen zu uns kommen. Links ist einer. Ich hab. Scanned kommt. Ist down. Ist down. Okay. Der nächste krabbelt ja noch. Ne, der ist weg. Wo sind die anderen beiden? Nichts. Alles gut. Das sind Mobs gewesen. Machen wir ein bisschen Mobs wegmachen hier. An uns? An Jacke bestimmt. Musst du ihm wagen, wenn er morgen im TS ist, gehst du rein. Jacke, ich will an dir spielen. Das musst du ihm direkt als erstes sagen. Das ist so. Das ist so. Der Bewerberleittext. Hehehe. Sagst du mit freundlichen Gruß von ganz schnell. Sagst glaub ich gerade. Achtung. Kommt noch ein Mobs. Lauf 6. So unten stehen Mobs. So wir können uns hier eigentlich wieder verziehen. Ja. Zweifel, dass es jemand abschneidet. Ja hier sind ein paar mehr Spieler glaub ich. Jo. Erst Mannhans abgrasen. Einen hab ich. Auch dann. Weg. Weg. Warte. Heilung wie. Ich brauche mal eben. Oh alles gut. Weg. Looted. Reinhold von der Dicke. Vorsicht. Heilung wie. Los. Den einen kleinen Typen hier. Warte mal. Ich hab grad ein Problem hier. Hui. Heilung bei mir. Hier sind wir auch. Rook. Komm mit bitte. Alle beisammen bleiben. Nicht aufteilen. Wenn dem Männer hinbleiben. Ja ist richtig. Ist richtig. Ist der Rest da? Warte mal. Die schießen jetzt auf mich die anderen. Achtung, die kommen. Hinter und schießen jetzt welche auf mich. Gunshot. Really guys? Really? Oh, you're so damn good. Mein Gott sind die behindert diese Affen ne? Die sehen eine Sekunde und dann... Dann kommen wir zurück. Dass ich... Dass ich die immer noch... Ja. Dann applaudiert der auch noch. Boah. Da vorne rechts sind auch Spieler. Welche wollen wir nehmen? Die rechts? Die geradezu? Mhm. Egal. Okay. Junkie Lover. Komm. Mach den Tod. Und wir rennen dann nach links weg. Ich bin schon da. Bin schon dran. Gut. Und weg hier. Wir rennen links weg. Erstmal. Weil ich nicht möchte, dass die anderen gleich frisch aufgefüllt hier ankommen. Ganz kurz ein bisschen Luft. Das ist ja. Na ja. Na ja. Der rennt andersrum. Der haut ab. Der hat tschüss. Äh, Spieler hinter uns. Hinter uns. Hinter uns ein Spieler. Alles gut. Ruhig. Einer. Lass den rumkommen. Mach ihn weg. Aus der Hüfte schießen sonst. Ja, Ulti gepoppt. Der andere hat keine. Der hinter dem Auto liegt. Ich bin nicht so wichtig von denen aus. Ja. Ja, mein Download hebt mich auf. Danke. Komm noch zwei. Ich meine Dings. Pass auf. Ja. Okay, Down. Scheiße. Es sind zu viele. Es sind einfach zu viele. Tja. Erwollen sie. Backpoint oder Kontrollpunkt? Jetzt hab ich mich mit Kaffee bekleckert. Fuck. Scheiße. Warum ist das T-Shirt auch so durchlässig? Wenn ich die Kälte... Das... Aufm Bauch vor einem reicht. Warte, noch haben sie sich gescannt. Ja, jetzt wissen sie, was wir sich gescannt haben. Das ist was down. Meine... Der mit dem kurzen Namen zuerst hier, der Substore wieder heißt. Ja, der hat nämlich ne Sticky. Der kleine Sack. Geht doch. Komm her, ihr. Ich bin down. Oh, er, er le... Ey, ne. Ich hab keinen Bock mehr. Ich fick die doch ins Knie, ey. Oh, fuck. Kann nicht wahr sein. Ich kann nicht wahr sein. Ich kann nicht wahr sein. Holt er seinen dreckigen Lutscherpimmel raus und dann explodiert die Scheiße wieder und dann ist man sofort. Da, ne! Schick mir mal ne Heilung rüber. Nee, rüber auch nicht. Komm zu euch. Nein, hab ich. Hattest du. Oh, sorry. Ich bin auf dem Weg. Nee, ich bin auf dem Weg. Oh, ist das ein Schitt hier? 1 1 oh you got them oh one me da sind doch viele Leute hier ich sei aber gar nicht da oh wir sind schon der Männer ja mein Freund so lässt sich sterben oh nimm mit nimm mit hab ich meine Ulti ah ne nein ne das wars jetzt hab ich jetzt ist er weg da drück ich doch nicht ah ist abgelaufen Mann ey mein ich halt dieser fand ich vorhin so geil als die beiden Typen gestorben sind und dieser what the fuck was denn jetzt oh Leute was denn andere naja oh snap naja naja da wird er sich aber richtig freuen über das Zeug was ich dabei hatte weil das mal so richtig gut ist wo rennen die hin nach oben naja warte mal den krieg ich gleich ich ich get you gut nice try dude so wat'n sack haben sie sich erschrocken oh warte mal shortfire ist hier ich hab mehr angst vor dem npc eins vor dem spieler grad are you listening damn oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020